Walter André Goffarat ist ein US-amerikanischer Mediavist, der derzeit Geschichte an der Yale University lehrt. Er gilt als einer der einflussreichsten Historiker auf dem Gebiet der Umbruchszeit vom Ende der Antike zum Frühmittelalter. Leben und Werk Walter E. Goffarat, dessen Vater im belgischen diplomatischen Dienst tätig war, verbrachte seine Kindheit in Belgrad. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurden er und seine Mutter zunächst vom Vater getrennt und mussten über die Türkei, Palästina und Ägypten schließlich in die USA fliehen. Walter Goffart studierte an der Harvard University Geschichte und promovierte 1961. Bereits seit 1960 lehrte er an der University of Toronto. 2000 wechselte er nach Yale. Goffarts Spezialgebiet ist das Frühmittelalter einschließlich der Übergangszeit der Spätantike. Er hat sich unter anderem intensiv mit der Ansiedlung der Germanen auf dem Boden des Römischen Reiches und mit ihrer folgenden Integration beschäftigt. Dabei vertritt Goffarat einige provokante Thesen, etwa dass den Goten bei ihrer Ansiedlung in Aquitanien nicht ein Drittel des Landes, sondern ein Drittel der Steuern abgetreten wurde. Des Weiteren ist Goffart der Meinung, dass die darauffolgende Entwicklung, die schließlich zur Etablierung von Germanischen Reichen auf dem Boden des Weströmischen Reiches führte, teils weit weniger dramatisch ablief als oft dargestellt. Gleichzeitig machte er auch auf die Komplexität der Zeitumstände aufmerksam, die schließlich zum Untergang des Römischen Reiches führten. Goffart hat sich außerdem kritisch und einflussreich mit der frühmittelalterlichen Historiografie befasst, etwa mit Jordanus Fredega, Paulus Diakonus und Gregor von Tours. Sein wichtigstes Werk auf diesem Gebiet ist »The Narrators of Barbarian History«, wofür er unter anderem mit der Haskins Medal der Medieval Academy of America ausgezeichnet wurde. Er ist verheiratet mit der Sprachwissenschaftlerin und Medievalistin Roberta Frank. Schriften Kaput and Colonnate Towards a History of Late Roman Taxation University of Toronto Press Toronto U. A. 1974 Barbarians and Romans A. D. 418-584 The Techniques of Accommodation Princeton University Press Princeton N. J. 1980 ISBN 0-691-05303-0 The Narrators of Barbarian History Jordanus Gregori of Tours Bede and Paul The Deacon Princeton University Press Princeton N. J. 1988 ISBN 0-691-05514-9 Rums Fall and After Hamilton Press London U. A. 1989 ISBN 185285-001-9 Barbarian Tides The Migration AG and the Later Roman Appear University of Pennsylvania Press Philadelphia Part 2006 ISBN 0-8122-3939-3 Barbarians Maps and Historiography Studies on the Early Medieval West Ashgate Phanem U. A. 2009 ISBN 978-0-7546-5984-6 Is this a new feature that is Vielen Dank.